Das ist rot durch die Schnitte. Streamer sind immer auch Nutten. Und ich möchte meinen Freiern, andere nennen sie Subscriber, gut, Lernbier, möchte ihnen das beste Ambiente bieten, damit sie glücklich sein können. Glücklich mal für uns. Kein Problem. Soll ich eben das Spiegellicht ein bisschen ausmachen? Euer Spiegellicht für euch aus, komm. Yes, Bitches! Ihr seid doch noch da. Ich grüße euch. Hallo. Na, wie geht's euch? Wollen wir noch zusammen das letzte Game spielen? Ja, ne? Let's go. Yi Jungle. Zack Top. Sehr eklig. Mein Lieblings-Streamer spielt mein Lieblings-Champ in meinem Lieblings-Skin. Was spielt Freddy denn? Got you. Ist einfach insane, wie du im Journalist, ne? I really have to say. Oh mein Gott, ich hab gemisst. Schade. Don't think I can fight those. Das ist ne Sache, die wir rausgehen. Damn, son. Krank. Kaiser ist leider relativ weak. Ohne Cure Wolf. Die Serie ist sehr stark, ne? Ein richtiger Item-Bild ist sehr strong, sehr, sehr strong. So. Jetzt noch das bauen, dann hab ich's ja schon, ne? Dann hab ich meinen Cure Wolf. An sich, das Game, übel gut für mich. Zwei Kills. Dies sind Farmen. Ähm. Konnt auch schon auf der Map ein bisschen machen. Meine Summs konnte ich bisher gut einsetzen. Kaufe ich. Sweet. Perfekt. Perfekt. Wir gehen einfach raus. Oder? Ja. Wir haben eigentlich keine Angst vor der Serie. Wir haben ein bisschen Angst vor Yi. Yi war top, oder? Ja. Ist so ein bisschen die Phase, in der Kaiser halt extrem gut ist, ne? Ohne. Auch sehr mobil. Aber halt mit Börst. Ähm. Tatsächlich rennen, ne? Ich meine, der flasht mich an und dann queert er mich und bin ich tot? Das war bad. Das war schon bad, der Champion-Design. Wir letzten schon mal gegen den Yi und ich verstehe nicht, warum. Ah, er flasht straight, actually. Ist fucking gut. Ich muss den Fighter nicht... Ich dachte nicht, ich will den Fighter gewinnen können, aber also ganz... Ich kann einfach rausgehen. Also ich kann einfach... Ich muss nicht rausgehen für den Morgana, weil Morgana nichts tut. Für den Fight. Die Morgana hat sich ja selbst isoliert, quasi. Sweet. Ihr seht, wie hart die Zone, ne, teilweise. Ist ein bisschen nervig. Wenn ich kein Ultab, komme ich nicht ran. Scheiße. Was ist mit ihr? Sweet. Was ich jetzt weiterhin baue, weiß ich actually nicht. Na gut. Oh, hat nicht gereicht. Was ist mit ihm los? Na gut. Jetzt geht's. So, jetzt können wir fighten. Schade. 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 Ich kann nur, was ich jetzt gesehen habe, für mich lieb zu gehen. Wenn so Games immer... Ich weiß nicht, ob ich mehr farmen sollte vielleicht, aber... Ich sag mal so, ich hab meine Items ja eh, ne? Warum soll ich denn noch Farmen nehmen von meinen Minions? Weil Minions sind oft Minions, aber... Von meinen Team jetzt. Nee. War der Gris oder war ich das? Vielleicht war ich das beim Moven. Gris? Well... Die sind so weitig ziemlich juicy für mich, ne? Die Trails mich uns da halt rein. Ich kann hier die ganze Zeit wegrennen und Ws reinsetzen. Wenn ich mal ein Turn mit der Ult. So habe ich dann halt etwas früher geturnt. Das ist ja auch okay. Scheiße. War so gut gemacht von der Nivea. Holy shit. Fuckin' nice. Aber schon. Also, der Versuch von je kann ich appreciaten, so. Schon ziemlich gut. Aber von der Morgane halt noch besser... Äh, von der... Anni wird noch besser gespielt, ne? Okay. Oh ja, dann würde ich schon nehmen. Aber die guten Dinger sind 19, oder? Schade. Hätte ich genommen. Wäre 20 gewesen? Keine Ahnung. Einer wegen Streams, wo mein Abschlussgame quasi das Beste ist, ne? Das Beste, wie ich gespielt habe. Von der Leona gut. Also ein bisschen toxisch vielleicht, so. Aber dann geht's ja nicht, ne? Ach, warte mal. Das ist ja Hering. Das ist ja dieses Genderborn-Trick, oder nicht? Entschuldigung. Da lacht man nicht. Da lacht man nicht. Gegen den Len kann man wahrscheinlich beides gehen. Soll ich jetzt hier covern? Ähm, ja. Das Risiko ist halt, dass diese normale in Welt gespielt wird, und wenn man dann hier durch den Jummel läuft, und dadurch dann hier gehockt werde, zum Beispiel, ne? Aber... Hm. Ähm. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen Dank.